ja und damit willkommen zurück zu einer weiteren episode von baldur skate so jetzt geht es aber wirklich weiter mit dem schiff wird jetzt endlich mal sehen was auf der anderen seite ist und das können wir auch schon mal wieder skippen weil das kennen wir schon und da gehen wir jetzt gerade direkt weiter bis zu der redesequenz ja komm probieren wir es mal stufe 10 absoluter voll all right no reason to get your tongue in a twist well come on let's get you to shore you'll need to report to the sergeant you lot keep patrolling i'm heading back with this one you continue forward in silence until the lights of the camp twinkle through the mark oh das sieht nice aus we plowed sideways we've got a welcoming party so so you shit head time you showed up we got trouble spit it out sergeant finally we choked them true soul nears prick drugg no the twat soul caused a rockfall trapped tighter than a ring on a fat finger you're shitting me you pay up that's the trouble he's got the gold on him sergeant's arm is falling off for all the known slave she's been beating who's the home greyman another slave for the dig so 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 i you feel the slightest of stirrings in your head the duergar is not infected yet your minds resonate i'll be you ain't shitting felt the tingle your twat soul chum owes us a load of coins you want through make a donation unclog your hole just shitting around so but i'm warning you that twat soul ain't settled up soon there'll be hell to pay for the lot of you cult buggers free the draw take his head get out of here in one piece easy as one two three don't forget the gnomes i'm not leaving them with their captors ahhh über das reden wir doch o ok alles klar das wird alles jetzt hier stehen und wir gehen tatsächlich wieder zurück ich würd sagen wir schaffen uns hier mal um oh ja geil die stelltreise wer ist ein händler Sehr geil. Ach, da wäre es jetzt nicht stillen, oder wie? Das Werkzeug. Ich falle in Scherzungswerkzeug. Oh ja, her damit. Oh, fuck. Ich glaube nicht. Okay. Spinnen. Spinnen finde ich schon mal sehr ungeil. Mit dem Boot muss man eigentlich nicht wieder weg. Wer bist du? Aber Absolut must have took you in. Hätte die Dau hier zum Trockeln aufgehängt. Me? Who else? My Spiders sussed them out of hiding. They're near, taught them a thing or two. And I let them fly. Caught them sniffing around. Easy marks. Had the stench of the top lands. Hung them here is a warning. Ain't no one drugs with clan Flameshade. Ja, das werden wir noch sehen. Bis zum ersten Mal kein Stress. Kein Stress. Ähm... Will ich... Ähm... Können wir mit dir? Warte mal. Du, glaube ich. Geh du mal da hin. Und quatsch mal. Ach so eklig. Ich könnte nicht schlafen, wenn ich weiß nicht. Die Spiders aren't wild. They've been raised by local Dwega. And are fiercely loyal to them. Hm. Oh. Ja, mal schauen. Oh. Oh. Knappe Sache. Knappe Sache. They appear to be in conflict. The largest spider versus the other three. The largest spider versus the other three. Ich will mich eigentlich nicht einwischen. Oh. Okay. Ja, gut. Alles klar, dass wir hier auch wieder stehen. Da hinten sind welche. Oben. Gehen wir mal nach da hinten. Das sieht nach Mustache aus. Oh. Oh. Okay. Die sind richtig gut gelaunt hier. Also, top Stimmung hier. Beste, ich spiele Goliath, Ziegen, überall Mondhockey und Pegasus-Bohle mit Leichen. Äh... Ich mach mit. Kopieren wir mal. Eiii, 20! Täuschen, ich mach das hier fertig, jetzt sollst du den anderen stoßen. Oh, 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 oh. Ja, kritisch. Geil. Okay, tschüss. Oh, da kann man sogar rein. Ja dann, schauen wir mal. Deep Gnomes, killed under the yoke of Slavers. Mh... Ja. Sorry. Oh, geil. Sorry, der. Ich weiß, ich bin... Er will. Äh... Verfault, nimm er auch nicht mit. Nichts Interesantes. Verpolt. Er hat. Nö. 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 Oh ja. Er ist dann her damit. Und Fabeln für ein Uster... Nö. Brauche ich eigentlich auch nicht. Kunst nicht. Fetisch von Kaladium Gladhands. Selten Unsichtbarkeit. Ich glaube, der 6-strahlige Stern an diesem Ring ist... Ah. Moment. Sehr geil. Gab sogar EP dafür. Nope. Und hier. Oh, oh. Das werde ich ausrüsten. Uh. So. Was haben wir hier? Mal's probieren. Oh, 4-Zip. So, es geht. Oh. Cool. Hallo? Okay. Das... Oh, das könnte man eigentlich alles verticken. Ey, weißt du was? Du da. Nimmst das. Ich muss jetzt mal ein Lastentrieger. Schau mal hier nochmal rein. 20 Silbermesser. Oh ja, geil. Ah, das ist schon ein bisschen... gemein. Silberteller. Oh ja. Hm. Ansonsten, was wertvolles... Okay, das brennt hier noch. Eisenpfanne. Blau Kappe. Nehmen wir auch mit. Was war das? Okay, aber ich glaube... Sind soweit fertig hier. Ja, aber bei der hinten hat es noch ein bisschen was. Ja, mitnehmen. Na, der Vorrede. Cool. Hätten wir das mal. Ja. Nicht schön, aber... Wer hat andere Probleme erst mal? Wenn man reingeht. Holzfass. Nix drinnen. Lager vor der Idee. Okay, das machst du wieder. Einmal da hin, bitte. Sehr gut. Nicht... Ja, okay, hier geht's gar nicht weiter. Hm. Was? Eingestützter Torfogen. Und ein Knopf. War jetzt überhaupt nicht geplant, aber... Okay. Geil. Geil. Schädel... Hochpulversack. Oh, der könnte noch praktisch werden. Und ansonsten haben wir hier nichts. Cool. Geil. Hat sich hier schon mal gelohnt, da hinten reinzugehen. Wo ist denn dieser Händler überhaupt? Hören wir nochmal auf die Karte. Jetzt ist der Händler weg. Geil. Hoi. Ja, er soll auch mal keinen Blödsinn machen. Ach, da ist er. Hey, komm mal her. Stehen wir jetzt. Ja, tatsächlich. Ja, ich kann's mal versuchen, aber ich bin vermutlich kein Experte. Der Rock, der Rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Ähm... Probieren wir's einfach mal. Ja, Poli mit dazu. Oh, geil. Ja, gleich probier's mal die anderen noch. Oh, noch mal 10. Oh, ich hab hier mal richtig Glück. Sehr geil. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. Bitte lass es kein Drachen sein. Ja, vermutlich nichts Gutes. Dann machen wir das Letzte noch. Oh, scheiße. Knapp. Naja. Immerhin zwei von drei. Sollen wir? Ach, komm. Machen wir nochmal. Come on. Yes. Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. Incredible. An entire history risen from dirt and debris. Picture it. An ancient city. Hewn from the stone by disciples of Shah. Later abandoned. Untold centuries later. A new tribe revives it. Fresh walls. Fresh sculptures. Until a great hell beast charges through. Toppling the walls and crushing the people. Und so viel Glück wie immer haben lebt es vermutlich noch. That explains the infernal plate I found. Perhaps you might have use of it. Ah. Danke. But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. Okay. Ja. Let me tell you what you've got. Okay. Was haben wir? Schlichtes Gift. Äh. Einfaches Gift. Die Schaufel behalte ich. Äh. Sachen im Rucksack. Ne. Warte mal. Ein fanatischer Regierung. Ich glaube das behalte ich. Joe Gift. Öffnen. Öffnen. Was ist das? Öffnen? Hä? Sagt mir jetzt bitte nicht. Dass ich da. Och man. Okay. Dann nochmal einfach bei dir meinen ganzen Ramsch weg. Ja. Alles bitte. Ist schon ein bisschen hart was wir da machen. 4 bis 15. Nö. Weg. 203. Hast du Tränke? Oh. Vor allem ein schärfer Werkzeug. Nehme ich mal mit. Ibis Werkzeug hätte ich auch gern. Mh. Mh. So ein dick spannendes. Tauschen. Mühe sogar noch drauflegen. Okay. Tauschen. Was? Nein. Warum ist das jetzt nicht fertig? Angebot wurde abgelehnt. Jetzt? Okay. Gut. Was hast du noch? Äh. Lagervorräte. Das lassen wir. Aber wir haben halt noch Trash mit dabei. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen dämlich. Tauschen. Na. Eigentlich noch nicht. Ich muss da mal schnell in mein Ding da reingucken. Ah. Das sind Zutaten. Das sind auch Zutaten. Bis auf. Ja komm. Wasser lassen wir mal drin. Das ist auch nichts wertvolles. Oh. Auch nicht. Auch nicht. Hier. Ah. So. Das machen wir jetzt mal hier rein. Das lassen wir. Bis. Warte mal. 16. Okay. Das könnte tatsächlich jemand von uns. gebrauchen. Das würde ich auch verkaufen. Das würde ich auch verkaufen. Okay. Erst dann ist das gewesen. Na. Wir haben da noch die hier. Und den Dolch. So. Das da. Schickt mir mal. An dich. Lass er. Schau mal. Was du da für Rüstung hast. 15. Wo ist die Rüstung? 16. Ausrüsten. Schwere Rüstung. Geil. So. Das kann man handeln. Bitte. Ja. Ja. Der Scherbel bitte. Ausgleichen. Danke. Zu mir. Verkaufen. 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 Hm. Hat leider nicht sehr viel gebraucht. Coole Sache. Passt. Yo. Ähm. Lass mal nachher. Ich werde hier mal ein bisschen umsehen. Moin. Und. Oh geil. Cool. Warte mal. Du bist für Lasten zuständig. Noch mehr Leichen. Alles verrottet. Leichenbilder bitte. Ja. Wert 50. So. Nehmen wir mit. Oh ja. Volt. Nice. Als du die Skeletons schaust, hast du verstanden, dass sie alle in der gleichen dunklen Armour sind. Dunkle Justizio-Uniformen. These were sure worshipers. The same as me. Hm. And she has since exacted her revenge undoubtedly. Wohl wahr. Uh. Dunkle Justizio-Uniformen. Justikata-Panzer. Mittlere Rüstung. 13. Und ein Target. Lass uns mal ganz kurz schauen. Was hast du? Ich muss ein Fügel mit haben. Du hast 14. Schuppen-Panzer. Äh. Du hast auch noch Ritual-Axt und so. So. Vielleicht. Sollten wir nochmal gerade zu Verscherbeln gehen? Ah, ich glaube, das mache ich. Ähm. Ich mache mal schnell einen Cut. Ich tue nochmal das Zeugs verkaufen. Und dann sehen wir uns an der Stelle gleich wieder. Und schon bin ich wieder da. Ich habe mal noch ein paar Sachen hier eingesammelt. Und die Sachen verkauft. Wir haben ganz gut Geld, aber der Handler hat fast nichts mehr. Also. Der ist jetzt wie fertig. Ich schreibe hier für eine Party. Äh. Tierisch. Also ich bin böse, aber Tiere schlagen. Ähm. 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 Ähm, ja, was liegt da eigentlich dahinter? Hm, wir probieren's mal. Ich bin froh. Fertig, sehr geil. Hm. Was? Ich boh des Glückstens. Your eye finds the source of the gleam. A small mote of black metal. Adamantine. Stuff's no joke. Stronger than steel. Rarer than mithril. It ain't mined. It's made. There's an adamantine forge back there, sure as shitting. Don't get any smart ideas. That forge is clan property. But get the beasts moving and I'll toss some coin your way. Hm, hm, hm. Schauen wir mal, ob das nicht irgendwie friedlich geht. Wir könnten's ja rumbringen, aber... Können wir vermutlich auch später. Okay. Probieren wir's mal. Hm. Mh. Ja, machen wir das mal. Oh, 15. Oh, werd ich jetzt nen Bonus haben. Mh. Sehr. Das... War weniger gut. No good. The Rothay is more agitated than ever. It utters an angry bellow and charges. Oh, was? Ah, 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 ähm, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das tut ganz echt leid, das wollte ich nicht. I am fury. I am death. Thiel ist außerhalb der Reichweite. Nein! Nein, 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 nein. Ich wollte da nicht hinschießen. Nee, warte mal. Die hell ist falsch mit dir, Druk-Nin-Hoon. Ehhhh. Shit for brains. All that adamantine within reach. You done screwed me over. Really? Ah, man. War gut. Das hat ziemlich wehgetan. Shit des Glaubens. Auf. Ähm. Wobei will ich das jetzt erstmal? Mh, 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 mh. Geil, nochmal sechs Schaden. Wird mich aber auch nicht greifen. Ja, fuck. Ja, fuck. Alla. Was? Oh. Okay. Nachkampfangriff. Auf sie. War ein Fehlschaden. Warte mal. Extraangriff. War ein Fehlschaden. Warte mal. Extraangriff. Geil. Ach du heilige. Und den nochmal zum Schluss. Das hat jetzt richtig gezwirbelt. Ahahahahahahaha. Ahahahahaha. Und den Schaden. Gut. Stufe 3. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ja. Sehr gut. Schatz aus mit Schubsen. Okay. Das glaube ich. Warte mal. Wir machen erstmal. Kampf raus. Fügt sich's los. Wie schaut's aus? Gut. Ja. Und? Zwo. Nicht abgleichen. Nochmal. Warum eigentlich extra? Was ist das? Bist du extra? Wie ist das denn zu sich Waffen aus? Okay. Spalten. Und? Zerfleischen. Auf ihn. Ist das mit dem Glücksding? Er ist fast tot. So. Sie. Das sagt mal Heilung. Auf Zender. Nice. Weg dir. Sehr gut. Alter. Ist das geil. Aua. So. Hier mal die Daumen. Und der Fleischchen. Und der Fleischchen. Oh. 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 Oder auf dich. Das war's. Du gehst mal da rüber. Nice. Spalten. Genau. 5-15. Hopp. Heilung bleibt's auch nicht. Stoßen können wir dich. Hat nicht sehr viel gebracht. Gut. Nice. Was machen wir? Feuerpfeil. Ja. Geil. Ja. 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 Wie geil. Wie geil. Ja. Wie geil. Ich bin unsichtbar. Achso. Cool. Also die. Items waren schon immer geiler. Zwei bis sieben. Nö. Elf. Leichte Rüstung. Nö. 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 Was habt ihr da so? Nö. Brauch ich nicht. Schuppenpatz. Mittler. 14. Nehm ich mal mit. Holzschild. Ne. Smartbring. Nehm ich mit. Nehm ich mit. Nehm ich mit. Und. Ja. Das auch. Das ist alles wert. Alles klar. Und er noch. Das Öl der Schärfe. Und ein Kriegshaber. Ja. Ähm. Ne. Kling wir das jetzt kaputt. Nö. Wund gegen Wuchtwafften. Nö. 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 Ah. Das ist jetzt. Das ist ein bisschen schlecht. Dolichwolke. Knochenkälte. Das ist ein bisschen schlecht. Und das Geschoss. Wir sind jetzt voll der Gegenknall. Juh. Das hat nicht funktioniert. Ah. Shit. Wie komme ich denn da jetzt rein? Untersuchen Resistenzen Sogegen sind ziemlich alles Stichschaden aus Magnappich gegen diese Kreatur ist halbiert Stichschaden aus nicht Magnappich gegen diese Kreatur ist halbiert Moment, kann ich dann einfach Hier machen Kann ich dann irgendwann mal Schaden machen? Alles Null Äh Ist auch im Armblust vielleicht Ne Ach das ist doch jetzt Ach man Einen anderen Weg gibt es hier nicht Wir könnten natürlich schauen Ob wir irgendwo so Spaß Oh warte mal Können wir Tote auferstehen lassen? Schriftvolle Wie lebt der den toten Begleiter wieder? Ach das ist aber nur Begleiter Mh Kannst du das eigentlich auch nochmal probieren? Ja ne das ist einfach robust Und ich komm da nicht durch Ah shit Nebenschritt Das was Jetzt hätte ich halt irgendwie den Sauer braucht Dass ich halt da so Nebisch wäre Schockgriff Freistand Besthalten Giftresistenz Mit Toten sprechen Ja Das können wir mal probieren Wir sollten aber dafür alle Bisschen weiter weg gehen Hm Seems like the best way Das hat funktioniert Ultimistenfeuer Hm Fernkampf Scheiße ich brauch nochmal so ne Bombe Äh Shit Ah ja Das war ja immun gegen Feuerschaden Äh Zielsicherer Schock Ziel darf nicht umgelebt sein Magik Geschoss nochmal Ne Boah natürlich auch nix Feuerpfeil ist nicht Automatische Kugel vielleicht Was könnte denn da helfen? Schall? Elf Schauten Oh es hat nur noch vier Ähm Hmhm 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 Kannst du den Tunnel so machen? Heilige Flamme Scheiße das geht nicht Vom Tote vertreiben Klingenbarnen Abbildbeschwören Willst du das nochmal machen? Shit Das geht auch nicht Toten sprechen Heute nicht Das gibt's doch nicht Haben wir auch nix hilvolles mit dabei Personen festhalten Feuerpfeil Rauchpulversack Oh Oh Muss ich den jetzt anschießen oder was? Das hat ja mal gar nix gebracht Ah Wenn's entzündet wird Alles klar Moment 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 Wo ist es hin? Ach da ist es Autsch Autsch Ah Das Boah Vielleicht nicht so schlau Da ist es Arbeit Ja Okay Aber wir sind jetzt durch Ja Ähm Weißt du was? Jetzt könnte man hier Sachen stiegen Das Werkzeug Nehmen wir mit Mal schauen was wir hier noch drin haben Nö Wollen wir nicht Oh Was ist nochmal Oh Ritte Die Kisten hier noch Oh ja Gold Nö Mh Ne Auf ne Armbrust Ne Auch nicht Hier Hier Oh ja Geil So Denn Rein hier Scheiße Das Wird echt weiter weg gehen sollen Skelette Nö Wollen wir auch nicht Trank wäre voll super Würde ich nämlich noch nicht nutzen Ah Stichwort Trank Wie viel habe ich denn eigentlich Eine noch Ah Und das ist der Bereich Wo wir Reingefahren sind Das ist Tor Nee Auch nicht interessant Oh ja Volt Weiter hoch Nö Und keine Sorge Ich werde jetzt hier schon Alles aufmachen Okay Gibt es die Überreste sind In einem Kampf mit dem Monster Oder wurde das mal eingenommen Und Was Ist das Kugel der Dunkelsicht Oh Kann ich Du gleich bis zu 12 Meter Sehen Autsch Autsch Okay Wir haben hier Fallen Das ist ja schon mal voll super Oh 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 Eine Falle Und Es ist doch 100 Euro von mir Tja Oder Ja Ich sehe es sogar Da Können wir doch mal ein bisschen in die Nähe gehen? Ja, siehste. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Okay. Da unten hat es Hebel für die Plattform. Okay, das wird spannend. Und ich vermute mal, der wird ausgelöst, wenn ich dann da raufgehe. Das werden wir aber in der nächsten Episode machen. Da werden wir hier den passierten Modus anmachen. Und dann werden wir die Einzelnen da so rüberbringen. Das ist ein bisschen beschissen, dass wir halt schon Schaden haben. Und Long-Rest will ich eigentlich vermeiden, weil ich will, wenn es geht, das erst dann machen. Wenn wir wieder oben sind. Aber vermute ich, weil es ist... nicht vermeiden lassen, dass ich den einmal unten noch mache. Weil ich glaube, wir werden garantiert auch mal in den Kampf reingehen. Äh, wir haben keine Punkte mehr. Es ist schlecht. Naja, mal sehen. Ich muss auch was überlegen dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch die Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ich bin bald, das geht. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brau Bucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.